Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hi Ich bin Paul und ich brauche dringend eure Hilfe Ich weiß nicht, wir haben einen engen Reiseplan Was ist los mit dir, Kleine? Da steht ein Alien in der Kochnische und macht Bagels und Kaffee Willst du lieber Tee? Nein, ich will keinen Tee Oh, Dierchen Was ist, wenn wir beim Aufwachen feststellen, dass er versucht, jedem von uns eine Sonde in den Arsch zu stecken? Das würden die nie tun Will jemand einen davon? Also, Bericht Ich komme ihm näher, bald wird er sich wünschen, er hätte nie einen Fuß auf unseren Planeten gesetzt Ich will diesen kleinen grünen Mistkerl so schnell wie möglich tot sehen Hallöchen Da draußen ist eine Frau Er kann nicht aus dem Weltall kommen, das ist unmöglich Gucken Sie, gucken Sie jetzt Meine Leute stehen bereit, um mich von ihr abzuholen Und was passiert, wenn du erwischt wirst? Los, 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 los Dann schneiden die mir das Hirn raus Nein Versaut einem irgendwie die Stimmung Kommen wir zur Angenehmerem Wann bist du das letzte Mal flachgelegt worden? Das Individuum, mit dem Sie unterwegs sind, ist höchst gefährlich Er ist nicht gefährlich, bisschen unanständig Was? Bei uns würde man den ganz klein bezeichnen Ich hab gesehen, wie er sich an seinen Alien-Eiern gekratzt hat Er hat mir Dinge gezeigt Sie spricht von seinen Alien-Eiern Warum halten wir uns an den Händen? Damit wir wie eine Familie aussehen Wir sind ganz normale Leute, die mit einem kleinen Cowboy-Spazieren gehen Sie kleben uns am Arsch Geben Sie mir den Alien Kuchen Sie sich doch einen eigenen Ich kann ehrlich sagen, dass ich noch nie so viel Spaß hatte Ich mag den Zwang Schürt das Feuer Paul, ein Alien auf der Flucht Seht einfach zu Das ist ein Wunder Warum machst du sowas? Na, ich esse doch keinen Totenvogel, echt, Mann?